Level auswählen. Ja, dann gehen wir nach Transsilvanien. Wir machen das einfach mal von oben nach unten durch. Ja. Diese Skelettende. Oh, das schaut doch ganz cool aus. Die Skelettende. Oh, das ist wirklich ein Monster in da, Uncle Scrooge? Oh, das ist nicht so, Wimmy. Ja, da gibt es nicht so etwas wie Dracula. Genau. Er ist richtig, nicht er, Uncle Scrooge? Ja, natürlich ist er, Louis. Vampire, Banshees und mischievous Spirits sind einfach viel superstitioner Hocus Pocus. Und wer hat er gerade so runtergelassen? Hm? Ja. Und da geht sie hin. Hoppala. Oh, nein. Tja, ja. Frauen bedeuten nur Ärger, hm? So, wie komme ich jetzt weiter? Äh... Ah! Ein Illusionenhaus. Ist das denn hier ein Spiegel? Kann ich da irgendwas mitmachen? Kannst du mir nicht sagen, dass ich hier nichts mitmachen kann. Der steht doch nicht umsonst rum. Das ist viel zu Präsenz. Oh, nö. Da oben möchte ich nicht drum gehen. So, wie ist denn der Level überhaupt aufgebaut? Achso, okay. Lass mich raten. Panzerknacker mit, mit. Wie ist er? Hier. Mach doch nicht sowas. Ha! Ha! W��! I'm outta' here! Hey, that wasn't a ghost at all. It was a Beagleboy in disguise. Trying to beat me to my treasure no doubt. But, it'll take more than just an old bed sheet and flower dust to frighten off Scrooge McDuck. Halt. Look Uncle Scrooge. That Beagle Boy dropped somethin. Mitten durch die Gegner, die ich stehen gelassen habe. Gute Idee, Dagobert, Gute Idee, Vater des Jahres. Also, die kann man also nicht angreifen, sind ja auch schließlich Geister, ne? Oh, was macht der da? Ach, der kann sich da nicht weiter bewegen, ist das richtig? Achso, die Kugeln können wir ja auch frei machen, na, das will man natürlich glaube ich nicht. Ach, Moment mal. Ach, das geht auch nicht. Ach, verdammte, verdammte Hüpferei hier. Also gut, Hauen funktioniert schon mal nicht, das habe ich jetzt gerade schon mal probiert. Es geht also quasi echt nur um... Moment mal, Moment mal, da hinten war wieder so ne, so ne Kette. Die respawnen ja, diese Drecksäcke. Okay. Okay. Hoppala. Oh. Oh, ja. Ähm. Upsi. Wir sind auch so ein Bruchpilot hier. Lernt von den Besten. Nöhn. Daniel ist gleich höll, was ihr Behind despenst? Was habt ihr nach oben in der Leyen? Gerade amitt Device? Wie oft nur noch meine Hüpfungesteόlen sind đi. Was habt ihr auf den Boden côchen? Ah, da ist er, der Nächste. Schon wieder so ein Panzer. Oh ja. Well, I guess you felt me out. Oh well. You guys got any lunch? No. Okay, okay. You don't gotta be all touchy about it. See ya. Aw, that guy gives me the heebie-jeebies. He was starting to look at me like I was lunch. Well, next time he'll think twice before scrapping with Scrooge McDuck. Speaking of scraps, he dropped this hook of Scrooge. Ah, it looks like another piece of that torn-up sorcery. Uh, say what? A magic spell. And it's nearly complete. Just one piece left to find. If only I knew where to start looking. Well, that bungle boy did say this house has an illusion wall. Do you think he meant... Of course, a secret passage. Oh, no wonder I've been having so much trouble finding anything around here. Good lad. Now, off you go. I need to wait at the entrance with the others. Oh, geht's da links weiter, tatsächlich. Oh, wir fahren wieder Bahn. Ach du, obala. Nein, da war noch ein Eis. Das hätte ich jetzt noch brauchen können. Aber ist auch eins. Gut. Gut. Okay, dann können wir wieder runter. Hoppala. Na, wer ist denn da? Da haut sie wieder ab. Oh. Wo kommst du denn jetzt her? Oh Äh, ja, und jetzt? Achso Achso, das bringt uns nicht jeder eine Kiste hervor Doof Okay Okay Äh, ist das ein Rätsel? Das schaut mir fast wie ein Rätsel aus, jetzt so Äh, Moment mal Kommst du her, Burschi? Eine Torte So, ähm, oh ne, warte mal Waren wir da nicht? Da waren wir doch, ne? Da waren wir doch Genau Dann muss ich nicht wieder hin Ähm, wo müssen wir denn noch hin? Wir müssen noch runter Wir müssen da noch runter Äh, und jetzt? Links Hopplop, hopplop, hopplop So, da können wir jetzt runter So, da können wir jetzt runter Achja, okay Das war jetzt glaube ich ich selber Gehst du weg hier? Gehst du weg hier? Will nicht mit dir spielen Oh, hier ist aber düster Ach, nö Moment mal Moment mal Da oben da Die Kiste will ich jetzt aber schon Na also Hat sogar ein Herzchen gebracht Äh, was ist das denn da hinten? Hey, Haga Scrooge Get me down from here Oh ne, jetzt kommen da auch noch Zwei von denen Oh je, oh je Not so tough Without your army helmet Eh Wait till the gang And Sing Sing finds out You were knocked flat By an old guy And his cane Oh, ho, ho, ho Hehehe Eh, thank you lad Yeah? Well, you better be careful Where you go poking around, McDuck Or you's gonna have Much bigger problems than me So long Now, what do you suppose He meant by that? Ach, it doesn't matter Quick lad See if there's a scrap of paper Lying about Uh, you mean like this one, Haga Scrooge? Exactly This is the last piece of the riddle But what to do? That's what I'm about to find out Quick lad Go meet Webby and the others at the entrance And all of you Stay put So, where müssen wir denn jetzt hin? Ah, wir müssen da jetzt in dieses eine Räumchen da Ob immer wir da jetzt hinkommen sollen Ah, der Spiegel vielleicht Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja So, wo sind wir denn jetzt? Ähm Wir müssen da mal gucken Also, wir müssen da jetzt rechts hoch auf jeden Fall erstmal Dort hoch Ah Festhalten, Dagobert Festhalten Haben wir doch schon ein paar Mal besprochen hier Ups Und da auch nochmal hoch So Und da jetzt durch Ah, da ist ein großer Spiegel Die drei wieder Wait I thought I told you to stay with Webby They did stay with me, Uncle Scrooge I'm right here Oh What a pretty mirror Aye, lass And if I'm right Using this spell will reveal the foul perpetrator Behind all these shenanigans Magic I should have known you'd be behind this Oh, Scrooge Oh, Scrooge My old friend You wouldn't believe how much fun it is Watching you run around Making a fool of yourself What? Oh You really don't think you need ancient sorcery To find Coin of Lost Realm, do you? No I had Beagle Boys hide paper scraps To throw you off trail Why, you sneaky Conniving Please Save compliments for garden party What garden party? The one I will throw in celebration when I get home With Lost Coin So long, fools Gee, she is a very nice You said it, Webby All right, you kids stay here I'm going to track down that witch And give her a piece of my mind Hup, da gehen wir hin Oh nein, nicht schon wieder diese Gespenster Ich bin echt nicht talentiert Hoppala Bleibst du da? Du bleibst wieder auch da, gut Ja, ach, komm Hier Ups Okay, mal wieder Mal wieder ein bisschen Hitpoints Nimm den noch mal mit Nimm den noch mal mit So, was macht die jetzt wieder? Autsch Feuer Ja Ich verwandle sie in ein Adler. Autsch. Oh. Das war ja mehr Glück als wir standen hier gerade. Ich glaube, das werde ich nochmal machen müssen. Oh, 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 oh. Okay, man muss das Muster kennen und vielleicht auch nicht irgendwie sinnlose Hitpoints verbrauchen. Oh, oh, oh. Okay. Wieso habe ich dann das Hitpoints verloren? Bei den Spiegeln. Heieiei. Geschafft? Verwandelt sich eine Ende in einen Vogel. Ja, das ist gut. Ja, Level abgeschlossen. Do you think Magicka will keep out of our way now, Uncle Scrooge? It's hard to say, lad. Folks like her have a way of popping up at the most inconvenient moments. Well, when it comes to Magicka, there's no such thing as a convenient moment. Too true, Louie. Now then, where to next, lads? Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020